Hallo und herzlichst Willkommen zurück zu The Last of Us Remastered. Ellie? Ja. Ellie ist auch da. Runter, 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 runter. Da sind noch mehr. Los, schnell mit der Flanke. Okay. Hauen wir ab. Okay. Die haben uns nicht gesehen. Da ist die Brücke. Wir sind jetzt näher dran. Glaube ich. Dann weiter so. Na komm. Erstmal gucken, ob wir Gegenstände liegen. Da liegt nämlich was ein. Ja, brauchen wir nicht. Mhm. Das Mädchen ist so dir. Was? Tod für die Freiheit. Welches Mädchen? Ja. Gibt schon deutlich besser genährte. Ich dachte früher gab's genug Essen. Das stimmt. Manche wollten es nur nicht. Wieso denn das? Die Figur. Pff. Wie bescheuert. Danke. Wenn ich meine, die ausspricht, was alle denken. So. Alkohol. Ich merke schon, die Ellie ist ein bisschen gesellschaftskritisch. Ich habe da eigentlich eine coole Nach... Ach komm, die... Machen wir das Messer. Messer ist besser. Ich würde eigentlich sagen, wichtiger, aber ich habe es irgendwie besser gesagt. Gut, Alkohol, da kann ich jetzt nichts machen. Da habe ich alles gegeben, was ich geben kann. Gibt ja diesen Film. Alles, was wir geben mussten. Er ist aber so ein Film, den werde ich mir niemals angucken. Der ist mir zu anspruchsvoll. Was heißt so anspruchsvoll? Zu zäh. Ich habe es mir nicht gesehen, aber ich weiß, dass er zu zäh ist. Ich brauche fröhliche Filme im Alltag. Sowas wie... Keine Ahnung. Horror oder so. Savage Starlight. Da haben wir es wieder. Ich kenne nur den Macho, mein Randy Savage. Oder Savage Garden. Wäre geil, wenn der Macho, mein Randy Savage... Ich schaffe den Sprung nicht. Was? Wenn du mir rauflegst, kann ich das Glück bewegen. Wenn der Macho, mein Randy Savage, der Sänger von Savage Garden wäre. Das wäre geil. Ich habe keine Ahnung, was mit mir los ist gerade, aber... Okay, das ist so lecker, das Wasser hier. Oh, da kann man reinschwimmen. Ist da was? Das müsste einfach so ein Krokodil sein oder so. Warte hier. Mal sehen, wo das hinführt. Da ist eine Palette. Man kann ja tauchen, ne? Wow, 10 Teile. Noch irgendwas? Da schwimmt irgendwas. Ein Fisch, geil! Es sind nur noch Fische. Ist in dem Bus vielleicht noch was drin? Also in dem, ja. Ne. Na gut. Dann. Was war das denn gerade? Steig auf. Wir gehen durchs Hotel. Haha, ich ziehe dich jetzt runter. Ups. Legg das Brett so hin wie dieses. Ah. 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 Ach, der ist so umgelenk, der Joel. Ähm. Du musst nur ein bisschen balancieren, Mann. Ich bin echt überlegen, wie komme ich jetzt da... Äh, kannst du mich hochziehen? Hä? Ähm. Von innen vielleicht irgendwie? Okay, ich bin echt... Ich bin echt gerade so ein bisschen... Wie soll ich sagen? Ähm. Ne? Wie komme ich jetzt so hoch? Der kann sich doch hier... Festhalten. Ganz ehrlich, der kann es doch hier festhalten an den... An den Stangen. Also ein normaler Mensch könnte das jetzt. Gut, irgendwo muss ja auch das Dreiecksymbol jetzt auf... Blinken. Warte mal, muss ich vielleicht... Aber das ist ja... Kann ich mir auch nicht vorstellen. Dass ich jetzt von hier auf die Palette springe... Ja, das... Wurft ja auch nicht klappen, denke ich. Gut, der Nathan Drake wird es jetzt hier festhalten. Tja, Leute. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Das ist eigentlich sehr traurig. Vielleicht von drinnen, vom Gebäude aus. Kann das sein? Als ob ich jetzt die... Das ist wieder so blöd. Wieso kann man... Als ob man nicht die Scheibe kaputt schlagen könnte, ja hier durchgehen könnte, ne? Jetzt mal ernsthaft. Das ist so blöd. Da. 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 Also bei Uncharted gab es jetzt immer dann so einen Hinweis, dass man dann L3 drücken konnte und dann gezeigt, wo man hin muss. Aber jetzt habe ich einfach gar keinen Hinweis. Weil ich übersehe etwas total Offensichtliches. Ne. Keine Ahnung. Als ob jetzt. Wenn ich das Ding jetzt einfach mal hier dran... Also längs. Warte mal, warte mal. Warte. So. Könnte ich doch jetzt theoretisch da draufsteigen? Das meiste, die hat die ja auch geschafft. Das geht einfach nicht. Als ob ich... Ich müsste jetzt einfach nur hier draufsteigen und von der Mitte einfach abspringen. Tja Leute, ich weiß es nicht. Ah. Kletter auf den Truck und zum Bus zu gelangen. Was? Wollt ihr mich jetzt verarschen oder was? Im Endeffekt stand einfach nur das da, was ich ganz weit machen will. So. 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 Ey. Ich verstehe es nicht. Als ob der nicht jetzt hier in irgendeiner Stange sich halten könnte. Ey, Mann. Hier gäbe es so viele... Mir würden fünf Möglichkeiten einfallen, hier drauf zu kommen. Beziehungsweise da drauf zu kommen. Ohne Probleme. Nein. Das Spiel möchte diese Möglichkeit nicht. Das Spiel möchte einfach eine Möglichkeit, dass das Spiel selbst halt quasi sich gedacht hat und... Boah. Ich hasse sowas in Spielen. Echt. Das Spiel will genau, dass ich genau den einen Weg gehe, den ich jetzt aber nicht finde. Ob es eine Dummheit ist oder was es auch ist, weiß ich nicht. Aber Fakt ist, ich finde diesen Weg nicht. Aber die anderen fünf Möglichkeiten, die gehen einfach nicht. Man darf das nicht so machen. Man darf die Scheiben nicht einschlagen. Man darf nicht irgendwie über die Palette balancieren oder drüber springen. Ich verstehe das nicht. Ich muss gleich nachgucken, Leute. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Kletter auf den Truck. Das sind solche Witzbolle. Echt. Hm. Wow. Okay. Okay. Okidoki. Machen wir so. Uuuh. Wie das stinkt. Ja. Pfeffautes Holz. Warst du früher auf den Cafés? Oh ja. Andauernd. Und was hast du bestellt? Nur. Nur Kaffee. So. 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 Gegenstände, wollte ich sagen. Aber ich kann keine nehmen. Aber jetzt habe ich was genommen. Hihi. Oh. Da ist auch noch was drin. Da ist was drin. Da ist noch nichts drin. Okay. Ist hier noch irgendwas? Ja. Vielleicht ist hier wirklich noch was. Oh ja. Nein. Oh, hier. Hier geht es jetzt rund. Jawohl. Eine Klinge. Ein Messer. Eine Klinge. Genau. Verstecknotiz. Heute Abend geht es los. Wir nehmen den östlichen Kontrollpunkt. Ich habe ein paar Vorräte in den Regalapartments versteckt. Sie sind mit dem roten X markiert. Ja, ich glaube... Das war's. Ja, okay. Glaubst du, die Hunter sind weg? Das werden wir sehen. Ah, ich gucke, ob ich noch irgendwas zaubern kann. Boah, ich habe einfach drei Messer. Okay. 20. Lauschmodus Distanz. Ach, komm. Ich gehe mal von aus, dass wir am Ende alle Fähigkeiten voll haben. Von daher. Hunter sind weg. Alles klar, Ellie. Komm runter. Edel. War noch etwas für dich? Bevor alles scheiße war, meine ich. Nein. Nein. Das war viel zu teuer. Oh, das war bestimmt schön. Nein, es ist so hoch. Mal sehen, was wir finden. Irgendwas war erforderlich. Ich weiß nicht, was erforderlich war. Aber ich habe es nicht richtig gesehen. In dem Fall sind hier keine Gegner. Oh. Coole Sache. Ja. Ich vermisse Kaffee. Okay. Eine Leiter. Kann ich hier nicht hochklettern? Warte mal. Doch, klar. Aber es bringt mir einfach gar nichts, hier hochzuklettern. Super. Ich frage mich, wer hier jemals hochklettert ist. Ob überhaupt jemand hier hochklettert ist, irgendwann. So, Ellie. Wo waren wir denn hoch? Wo bist du denn? Ich konnte das nämlich vorhin nicht sehen, diesen Hinweis, weil ich einfach eine Wand dazwischen war. Wieso offen in diesem Spiel? Ich glaube, da, wo ich gerade war, war schon ganz gut. Die Ellie ist... Ach, da ist sie ja. So tauchen die immer einfach so auf und sind erst irgendwie weg und dann doch wieder da und überhaupt. Ist das hier richtig? Ja. Ja. Und jetzt doch. Okay. vorsichtig raum ist runter runter ok Wir sind halt gründlich und wir bleiben auch gründlich. Also packen wir es an, ja? Okay, wie auch immer. Okay. Wobei? Bist du der Einzige? Oh mein Gott! Meine Waffe habe ich ja modifiziert, ne? Dann behalte ich die erstmal. Ja, wie ein sehr großes Areal. Okay, gut. Dann werden wir es mal systematisch absuchen, das Ganze hier. So, hier geht es nirgends so weiter. Das ist schon mal ganz gut. Schade um die Eisenstange, aber nur das Rohr. Oh. 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 Was? Oh. 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 Aber ich habe mich wohl verrochen. So, nehmen wir mit. Ist auch noch was drin anscheinend. Ja, ist wirklich was. Oh, ja. Gut, ich glaube, gleich sind unsere Vorräte einfach weit voll. Also diese ganzen Gegenstände, mit denen man was herstellen kann. Was geht da lang? Was? Ich renne mal ein bisschen. No. Ich will nicht sagen, dass es jetzt knapp war, aber es war schon knapp. Oh, Mann. Los, mach. Was? Was? Was ist sie? So, jetzt habe ich auch mal so einen Stein. Da ich ja die ganze Zeit hier welche vorfinde. In rauen Mengen. Wie gesagt, man kann sich hier echt richtig gut verlaufen. Ich weiß gar nicht, wo ich schon war. Ich glaube, hier war ich schon drin. Ja, war ich schon. Gut. So, den Typ kalt machen und dann sieht das so alles wieder ganz sympathisch aus. Ja, war es das jetzt? So, wieder die Flasche. Oh, hier sind auch noch ein paar Sachen. Können wir alles nicht nehmen. Wir sind einfach voll. Wir sind einfach komplett voll. Ja, jetzt müssen wir einfach nur den Weg suchen. Wo es jetzt hier im Endeffekt weitergeht. Wenn es jetzt einer entdecken sollte, dann ist es halt so. Es ist eh nur noch der eine. Wenn überhaupt übrig. Wenn überhaupt noch einer hier ist. Okay. Hier dann. Hier dann. Hier dann.